So, willkommen zu wieder einem Paar von Rocket League. Wir machen weiter Dambelspiele. Wir müssen 5 Tore in Dambelspiele schaffen, was schwierig ist. Sehr schwierig. Wir haben ein Tor von 5, wir müssen noch 4 schießen und dann können wir Vorlagen und so abgeben, müssen wir dann. Wo, ist egal. Habt's doch Vorlagen. Da ist der Stand. So ist der momentane Stand. So ist der Moment. Leute, das sieht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Beitritt dauert schon wieder zu lange. Dauert schon wieder zu lange. Das sieht gut aus. 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 nur drei pro woche Sechs aufgaben sind ziemlich sexuell geil und ich habe auch gesehen noch gepasst einige aufgaben da habe ich auch erfüllt Also gut ich sehe zwar das nicht aber einige aufgefunden habe ich auch erfüllt Das kann ich euch mal zeigen Ich bin mir nicht sicher Ich war ich bin nur noch nicht ganz sicher Ich meine ich habe genug pappelguthaben also ich habe mir genug Pappelguthaben gekauft also ich habe zu pappelguthaben Passant noch nie mehr verkauft und Das wäre möglich Muss ich das nicht überlegen Ach Scheiße Mann Muss ich überlegen ob ich das mir vielleicht mache Oh der war auch der wäre schön gewesen die sind nicht ziemlich gut die Gegner Team die sind nicht an zu gut das Gegner Team die sind nicht allzu gut geht alles vor jawohl alter was für ein Kampf einfach nur ja noch drei Truhe dann habe ich es gepackt dann hätte ich es scheiße ja was soll ich machen was soll ich da noch machen ich wurde voll zerstört aber voll alter ja komm komm mach dumm mein Torschuss mein Torschuss mein Torschuss aber mein Torschuss immerhin trotzdem jawohl ich wusste dass er eine Vorlage ist da wenn der da rein geht kriege ich eine Vorlage jawohl bam schöne Vorlage gemacht kein Ding kein Ding kein Ding ok das war nicht der Plan alter ich kenne ja gar nichts die anderen wie ist das jetzt ausgegangen von anderen von anderen ja gut das kann ich mir gar gut vorstellen weil wenn man so so viel zurück liegt hat man auch keinen Bock mehr ist scheiße dem Team gegenüber ja das war das war kein Tor das ist ein Witz mein Torschuss das ist ein Tor und nicht mal vor da kriege ich so eine scheiße oh der war so knapp der war so knapp der war so knapp der war so schön gewesen ja der Wolf kriegt jetzt eine Strafe auf jeden Fall der kriegt eine Strafe der kriegt eine Strafe weil er rausgegangen ist weil er rausgegangen ist der Prima ist allein ja aber er gibt nicht auf der Prima er gibt nicht auf wenn man allein gegen drei ist sollte man einen aufgeben also würde ich schon machen Könnt ihr mal aufhören dem eigentlichen Spiel den Ball wegzunehmen ihr Idioten ja der so schönes Tor fangen nein nein wir machen den Ball weg damit ich kein mit dem Spiel kein Tor mache was für Huren sind wir ohne Scheiß ohne Scheiße ohne Scheiße ohne Scheiße jawohl was wieso ist das nicht mein Tor ah ich müsste ihn noch berühren nein mein Vorlage boah ich kriege aus was da scheiße ich wollte noch dran spielen damit es mein Tor ist leider verfehlt das ist ja das Tor für den der als letztes dran ist am Ball dann aber das ist ja das das ist ja das gold ich würde noch Das war ein gutes match muss man echt sagen und dann machen wir natürlich Revanche weil das geil war. Wir müssen Party bilden Leute. Sonst können wir kein Revanche machen Leute. Wir müssen Party bilden. Wir können kein Revanche machen. Wir müssen in die Party kommen Leute. Wir müssen in die Party kommen. Ja dann halt nicht. Neue Spiel suchen. Wo sie sich aufgegeben hat. Ich hätte aufgegeben. Also ich hätte aufgegeben weil einfach. Ja es hat einfach. Ich habe keine Chance. Da gebe ich lieber auf. Schwachsinn ist noch weiter zu spielen. Wenn du das voll in Nuti machst. Das gar nichts kann. Dann ja. Aber so. Ne. Oh. Ne. Oh. Ne. Warum. Warum. Den. Warum. Den. Warum. 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 Das ist das normale. Ich habe hier. Das ist scheiße Gut. Gucken wir mal sorry leute ich bin doch nicht ganz da fraps ist doch nicht ganz da jetzt bin ich jetzt noch nicht jetzt bin ich da jetzt sind wir da ich muss immer was ich und waren bis selbst auf 20 franzes damit ich mitspielen kann es dauert halt immer noch dann ist es damit ich ein neues item bekomme wo die blauen sind ziemlich gut und ich dachte sie so sehr irgendwie das war eigentlich auch für den dumm torschi ist gut aber das war das falsche tour mein junger das war das falsche tour boi passiert sind das kam ja auch passieren ich habe mich noch berührt gut ich brauche auch vorlagen von dem her 50 vorlagen oder vorlagen helfen mir auch vorlagen helfen mir auch es ist so dass das bobs banana wo sind meine team mates was macht ihr denn das war der gegenspieler keine ahnung ja 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 aber gut gemacht muss man sagen es war gut gemacht muss man ganz klar sagen so dass ihr glas handy geguckt dadurch habe ich den einsatz verpasst kein ding kein ding kein ding kopf und ich habe credit du gehst über ли wir wissen wäre es hätte mich jetzt hart gewundert Das hätte ich mir stark gewundert, weil der nicht dringend gewissen wäre. Hätte mich stark gewundert. Was mache ich denn? Ich hätte... Ja gut, die hätten den sowieso da ausgehauen. Die Schaden zum zweiten Tor. Dann hätten die so und so da ausgehauen. Von dem her also... Scheiße, Scheiße! Wir brauchen ein Tor, Jungs. Die Jungs, wir brauchen ein Tor. Aber dringend. Alter, der war so knapp. Ah, Scheiße! Scheiße! Oh, 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 das ist nicht gut. Aber wir werden hier aufgenutzt. Wir werden nicht aufgeben. Wir werden nicht aufgeben. Aufgeben ist nicht drin. Aufgeben ist nicht drin. Wir waren doch so gut! Wir waren doch so gut, aber sind wir denn zu Scheiße? Wir waren doch so gut! Das werden wir, glaube ich, nicht mehr schaffen, Leute. Zwei Tore! Hm-m, hab's vergessen. Nee, nee. Das wird nicht mehr klappen. Ja. Kann. Könnte. Könnte. Könnte noch hinhauen. Aber ganz knapp. Das könnte noch klappen. Aber, ja. Es könnte klappen. Könnte. Muss aber nicht. Alter! Hammer geil! Sogar noch meine Vorlage. Ja, meine Vorlage noch. Ausgleich! Alles noch drin jetzt. Das ist hier in Lockheed League. Es kann immer in den letzten Sekunden kann noch äh, das Unglaubliche passieren. Genau, dass das geile in Lockheed League. Genau, dass das geile in Lockheed League. Genau, dass das geile in Lockheed League. Warum ist der Ball nicht bei mir? Oh, nein. Jetzt, nein. Jetzt, glaube ich, ist es gelaufen. Jetzt ist es, glaube ich, gelaufen. Das war der Siegtreffer. Für die anderen. Jetzt, drei Sekunden. Wir müssen jetzt das Tor machen. Beim Anstoß. Ich bleibe stehen, weil... Ich komme nicht hin. Ich habe noch Parade gemacht. Das war auch der Plan. Weil... Ja, das war's. Das war's. Schade. Schade, schade. Es war knapp. Es war knapp, Leute. Es war knapp. Es war knapp einfach nur. Es war einfach knapp, ja. Es war einfach knapp. Aber, ja. Machst du nix. Wenn du nicht gewinnst, dann gewinnst du nicht. Es war einfach. Ist so. Mach mal. Soll es halt nicht so sein. Mach mal. Soll es halt einfach nicht so sein. Also, ich bin auch noch nicht spät. Ich bin geil. Ich find's geil. Ich... Ich kriege ja immer morgen zwei, neue Aufgaben. Drei. Und ich bin mir nicht... Ich bin mir völlig sicher, dass ich das nicht schaffen werde, heute. Alles zu schaffen. Bin mir grad nicht sicher. Guck mal nach. Drei von fünf. Glaub ich. Bin mir nicht sicher. Bin mir jetzt nicht sicher gerade. Zwei von fünf. Okay. Neunundvierzig. Okay. 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 Wir werden es schaffen. Im nächsten Spiel, glaub ich, können wir uns die erste Laterne kaufen, glaub ich. Wir brauchen elf. Noch. Ich glaub, wenn wir gewinnen, glaub ich, kriegen wir zwölf oder dreizehn. Wir verlieren, glaub ich, elf oder so. Also, egal, ob wir gewinnen und verlieren. Wir werden, glaub ich, genug Laterne dann haben. Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir vorstellen. Aber gucken. Wir gucken. Wir gucken. Wir gucken. Ach, warte um. Yes. Schon eine Arena. Ist ne, ist ne, ist ne, mir geile Arena. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut einfach, die Arena. Flames muss ich erst mal wieder fangen, hier. Nee. Jetzt hab ich genug Flames. Jetzt kann ich mitspielen, ja? Jetzt kann ich mitspielen. Aua. Ich hab diesen komischen, was ich jetzt habe, wo ich jemanden finden kann. Alter, warte. Alter, 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 Alter. Der hat den Faust noch rausgeholt. Faust aber noch. Ganz knapp. Das war aber der, der Hupune. Ich glaub, das... Kommen wir mal. Ich werd das in dem Zerstören nicht. Wie das berechnet wird. Ich weiß nicht, wie das berechnet wird. Aber ich hab keine Ahnung. Oh, das war dumm. Das war dumm. Das war einfach nur dumm. Das war dumm von mir einfach. Alter. Scheiße. Scheiße, Mann. Ja. Das ist ein... ein schönes Match. Also, muss ich sagen. Das Match gefällt mir momentan sehr gut. Ich hab nicht dran geglaubt, Leute. Ich hab nicht gedacht, Leute. Ich hab gedacht, der... Erster Meinung macht ihn weg. Ich dachte, echt, der macht ihn weg noch. Aber gut. Drei von fünf, Leute. Irgendwann haben wir zusammen. Irgendwann haben wir die fünf Toile zusammen. Für den Rock im Pass. Und da noch die 40 oder 50 Unterstützungen oder Paraden. Ich will einfach die Aufrufe füllen bei ihm im Rock im Pass. Und dann bei... Und die fünf Laternen kommen dann. Also dann dieses Laternen-Ding läuft. Das Laternen-Ding hängt gleich mit dem chinesischen Neujahr zusammen. Irgendwie sowas. Das chinesische Neujahr ist ein anderes Datum, die wir feiern. Parade hab ich gemacht. Wie immer ich das gemacht hab. Jawoll! Vier von fünf. Parade und dann vier von fünf. Tor vier von fünf. Dann schaff ich's dir doch noch. Dann schaff ich's sogar in diesem Spiel noch... ...meine fünf Tore zu machen. Also das nicht brauche. Vielleicht krieg ich das doch hin. Vielleicht. Ja, wir wollen's nicht... Muss nicht sein, aber keiner könnte klappen. Aber... Ich hätte ihn fast nur selbst geblockt. Okay. Alter. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich wollte ihn noch rausholen. Ich dachte, ich kann ihn noch wegziehen. Es war knapp. Es war knapp. Es war knapp. Okay. Ich meine, die können schon was. Dann zieht es ja. Nichts, dass sie nichts können. Die schießen ja auch Tore und so. Also, die können schon. Die können was auf jeden Fall. Nichts, dass sie nichts können. Aber die können. Die sind einfach gut. Die sind einfach gut. Scheiße. Ja, Torschuss. Was soll? Bringt mir das? Bringt mir gar nichts. Ein paar Punkte. Toll. Ich habe keine Punkte. Was ist denn da? Oh, eine Vorlage. Immerhin eine Banane. Oh, der ist böse. Oh, der wäre so schön gewesen. Wenn ich den noch so schön gemacht hätte. Das wäre schön gewesen. Wenn ich den noch gemacht hätte, gerade. Das ist ja schön gewesen, Leute. Wenn ich den noch schön gemacht hätte. Die Idioten. Die Idioten. Mann, seid ihr behindert einfach nur. Ich gebe einen Offenball. Nein. Guck dir diese Idioten an. Guck dir die Idioten an. Nur Idioten. Nur Idioten. Hätte mir aber auch passieren können. Hätte mir auch passieren können. Der ist drin Jungs, wir brauchen noch ein Tor Komm schon Ja, versaut Ja, kannst du vergessen, es ist vorbei Schade 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 Einfach nur schade Einfach nur schade Zwölf, okay Reicht Abstieg Okay, äh, ja Schade Einfach nur schade Oh, was ein Match So, jetzt wir kaufen so die erste Laterne Und dabei ist der Part auch schon zu Ende Das hier, Leute Nee, das hier, die sitzt Nee Das hier ist eine Animation, wenn das Geschenk geöffnet wird Finde ich mega geil gemacht Spinebanner Gräne Nee Der ist nicht schön Okay Das war's Bis zum nächsten Mal Nicht vergessen Müsst ihr immer kommentieren Teilen Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.